In diesem kleinen Video werden wir uns ansehen, wie einfach das es ist, wenn Sie mit WabiProfi3 ein Modul hinzubuchen. Dazu klicken Sie auf Lizenz, Freischalten und Versionswechsel. In diesem neuen Fenster haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Module zu Ihrem bestehenden System hinzuzubuchen oder wegzunehmen. So, das bedeutet, wenn Sie sagen, ich will anstatt zwei Netzwerkversionen drei haben, erhöhen Sie einfach über diesen Spinner, also über diesen Drehknopf, die Anzahl der Lizenzen. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Dokumentenverwaltung haben, dann klicken Sie einfach drauf. Auch könnten Sie sagen, ich will Presse-Datenverwaltung mit haben, ich will Kundenfahrzeuge mit haben und so weiter und so fort. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind und Sie sagen, so passt es, klicken Sie auf Übernehmen. Sicherheitshalber weist die WabiProfi3 darauf hin, dass eine Abweichung von einem bestehenden System durchaus kostenpflichtig sein kann. Es bedeutet im Klartext, wenn Sie, wie in unserem Beispiel hier, die Dokumentenverwaltung, die Sie vorher nicht hatten, hinzugebucht haben und dann auf Übernehmen geklickt haben, ist dieser Versionswechsel, das heißt die Aktivierung der neuen Funktion, natürlich kostenpflichtig. Wenn Sie sagen, ja, passt schon, dann klicken Sie einfach auf Ja, Sie wollen diese neue Version übernehmen. Anmerken möchte ich an dieser Stelle noch, dass ein Versionswechsel natürlich nur dann kostenpflichtig ist, wenn Sie Punkt 1, Versionsveränderungen vorgenommen haben, das heißt etwas hinzugebucht haben. Und natürlich sind Sie auch nur dann kostenpflichtig, wenn Sie hinzugebuchte Änderungen noch nicht bezahlt haben, auch klar. Aber ich möchte es halt einfach an der Stelle erwähnen, damit Sie sagen, hey, der hat ja nichts gesagt. Also das heißt, wir sagen, wir wollen diese neue Version übernehmen. WabiProfi3 sagt, hey, Programm starten, dann machen wir das einfach. Wir beenden das Programm und starten das Programm als Administrator neu. So, das Programm startet. Nun haben wir unser Fensterchen vor uns, in dem unsere oder beziehungsweise Ihre Freischaltnummer eingegeben wird. Zum Zeitpunkt des Starts haben Sie diese Freischaltnummer noch nicht. Warum? Weil diese Freischaltnummer keine statische, also keine feststehende Nummer ist, sondern die müssen Sie sehr, sehr einfach oder ganz einfach anfordern, indem Sie auf den Button, wenn Sie online sind, Freischaltnummer per Mail anfordern klicken, Ihre Adresse bestätigen und sagen OK. Nun hat uns WabiProfi3 eine SMTP-Mail versandt, in dem Ihre Identifikationsnummer uns übermittelt wird. Und Sie halten dann spätestens innerhalb von 24 Stunden, wenn es nicht gerade auf ein Wochenende fällt, klar, Ihren Freischaltcode zurück, den Sie ganz, ganz bequem dann eingeben können und anschließend, wenn Sie Ihre Eingabe beendet haben, auf Programm Freischalten klicken. Sind Sie nicht online, können Sie auch Ihre Freischaltnummer ausdrucken, indem Sie auf den rechten Button klicken Freischaltnummer anfordern. Nun bestätigen Sie ebenfalls Ihre Adresse, bestätigen oder wählen Ihren Drucker aus und sagen Drucken. Nun wird das Dokument ausgedruckt, das Sie entweder auf einem anderen Computer einscannen können und uns dann zumelden können oder uns ganz, ganz einfach unter der angezeigten Faxnummer auf der rechten Seite uns zufaxen können. Auch hier gilt das Gleiche, Sie erhalten dann zeitnah Ihren Freischaltcode zurück. Solange Sie den Freischaltcode noch nicht erhalten haben, klicken Sie einfach auf Weiter. Haben Sie den Freischaltcode erhalten, möchte ich nochmal darauf verweisen, geben Sie hier Ihren Freischaltcode ein, ich gebe jetzt hier irgendwas ein und sage dann Programm Freischalten. In unserem Beispiel ist es einfach so, dadurch, dass ich jetzt irgendwas eingegeben habe, sagt das Programm natürlich hier, ist es natürlich falsch, klar. Das heißt, Sie geben den Freischaltcode ein und bitte nicht Ihre Identifikationsnummer, wie es in der Praxis schon manchmal passiert ist, dass es Leute gemacht haben. So, dann verabschiede ich mich, bis zum nächsten Video. Tschüss!